Ist das hier an der Wand im Treppenhaus oder welches? Achso, ich dachte, ich hätte einen Spawner gefunden, aber das war nur, naja. Das ist alt, das haben wir schon. Egal. Das sieht geil aus. Nein! Wie findet ihr denn den Raum hier oben? Ich bin vom Berg oben runtergekommen, um das anzugucken. Ja. Hörst du dich? Weißt du, du sagst, es ist hübsch alles hier, ne? Nein, schätze. Sieht ganz gut aus. Geht. Ist okay. Hatet das Haus, Zuschauer, die mich mögen. Niemand. Oh, Mann. Hey, der Hund ist trinkt, Alter. Da ist ein Idiot, der da Erde weggräbt. Lass die Erde da. Ich seh das. Geh weg, geh ins Haus. Designerpoppe am Start. Ach, da oben baust du drauf. Fickst du uns ehrlich, was hast du eigentlich schon für Ränge, sag ich mal? Wo? Du bist schon, äh, was warst du, Baumeisterpoppe? Designerpoppe? Ich bin alles. Und noch viel mehr. Und nichts Gutes. Wollen wir mal eine Eisenschaufel. Hab ja, hab ja Eisen so dabei. Oder die Bandschule. Ich glaub, da müssen noch welche drin sein. In der Küste, in der Werkzeugkiste. Eisen? In der Höhle. Ich bin in der Mine. Hab mir schön durch, durch die geilen Säulen, äh, schöne, äh, Workbench gemacht und jetzt geht's weiter. Ah, nur ein Eisen. So, Lars, wie sieht das aus, Marius? So, Lars, wie sieht das aus, Marius? Weil Marius gerade durch die Tür kommt, ist das erst, dass du es lasst, aber... Dann brauchst du die Fackeln, kannst du dann auch wegnehmen, wenn da Glowstuhl ist. Jaaa. Die Fackeln kannst du dann auch wegnehmen. Und die Fackeln hier... Felix, denk mal nach, bevor du was abnimmst. Ja, echt, ne? Design schön und gut, aber es muss auch praktisch sein. Mach mal hier hinten Glowstuhl in die Ecke. Mach mal hier oben auch irgendwie ein Glowstuhl in die Ecke. Wie brauchst du mal Druckplatten? Äh, ich glaub drei in einer Reihe, oder? Steine? Zwei nebeneinander. Okay. Steine? Ja, wie du willst, ne? Ja, nicht Koppel, ne? Ne, ne, clean. Hast du schon mal ne Koppel-Druckplatte gesehen? Ne. Designer-Baumeister-Poppel kriegt sowas hin? Natürlich, ich krieg alles hin. No Allrounder. Ich bin Designer-Baumeister-Poppel. Ich glaub, da vorne steht schon wieder eine Kiste. Ja, hier ist schon wieder eine Kiste. Schon wieder eine auf Schien. Da steht ja eine Kiste. Sind die immer jetzt auf Schien? Äh, sind die Monster überhaupt an? Fragezeichen. Weil ich keine Monster sehe. Weil ich keine Monster sehe. Ich schon wieder eine andere. Doch, ich hab Creeper vorhin gesehen. So Jungs, sechs Smaragde. Kiste mit. Naja, okay. Fünf Eisen, drei Gold. Nochmal Kürbissamen. Ich hab ne Spinne. Die ist bestimmt hinter mir. Ich kann mich jetzt nicht umdrehen. Oh Gott, oh Gott. Okay, sie ist doch nicht hinter mir. Mann, ist doch scheiße. Aua. Leck. Ähm, Jungs. Lars, ich hab ein neues Bild gefunden. Wo denn? Guck mal bitte die Leiter runter. Hallo. Hier bin ich rausgekommen. Felix, komm mal hier rein. Felix, zeig mir das Bild. Zeig mir das Bild. Felix, genau hier ist der Dungeon. Richtig krass. Ja, ja, ich weiß. Genau hier vorne ist eine Kiste. Und dass ihr die nicht gesehen habt. Ist doch geil. Ja, aber machen wir hier eine Tür rein oder sowas? Lars, guck dir das Bild an. Ich kenn das irgendwie nicht. Das? Das ist voll das... Oder wo bist du denn? Das hier an der Wand im Treppenhaus? Ja. Achso, ich dachte, ich hab dich im Spawner gefunden. Aber das war nur... Naja. Das ist alt. Das haben wir schon. Egal. Das sieht geil aus. Nein. Wie findet ihr denn den Raum hier oben? Ich bin extra oben vom... Ich bin vom Berg oben runtergekommen, um das anzugucken. Ja. Hast du dich? Ja. Ich auch. Aber Hammerfell, dass ich genau hier rausgekommen bin. Na, das alle hast du nicht. Du bist dein Gott. Ja, das stimmt. Ah, mein Gott. Der Weg hat mich hier wieder zurückgeführt. Ähm, wollen wir noch lange aufnehmen oder nicht? Das ist mir scheißegal. Ja, ich muss das noch bauen. Ja, ihr wollt ja noch CSU aufnehmen, deswegen wollte ich nur mal so... Ja, ja. Naja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Ist ja erst neun. Ja, ja. Es ist 21 Uhr ein. Ja, okay. Ich lasse Blumen in deinem Tempel oder eher nicht so. Doch, Blumen. Okay. Nein, nicht da. Nein, nein, nein. Wasser. So, okay. So, Kohle snacken. Komm mal um, Silas. Ich hab keinen Platz mehr für Kohle. Ey, du darfst das... Dings Heiligtum... Brauchst du da noch einen Weg kennen? Nein, das ist das Heiligtum. Da müssen noch... Er weint, also Lianen und so ran. Dann ist es so verlassen. Das ist nicht verlassen. Das ist viel genutzt. Aber man darf... Das ist so eine Pilgerstätte. Das darf nicht einfach sein, da hochzukommen. Sonst kommt ja jeder Idiot da immer hoch. Ja, ne? Die ganzen Idioten, die mich anbeten. Da gibt's so viele... Hey, ho, hey, ho. Zum Beispiel Felix. Ich hab was richtig Schönes gerade gemacht. Ja. Ich find's hübsch. Mal gucken, wann's euch auffällt. Hallo. Ich versteh dich. Irgendwie hört man die Musik von der CD in der Aufnahme nicht. Ich weiß nicht, warum. Jetzt hör... Ich hör sie. Ich hör sie nicht. Bei mir rauscht es auch grad übel. Lars, wir haben noch Kürbisse, ne? Dann kann ich die Kürbisse haben wegwerfen. Ja, meistens rauscht echt gerade voll. Ich weiß nicht, wer es ist. Ne, Lars. Er sagt nichts dazu. Ich komm mal zurück. Lars, soll ich springen. Wo ist eigentlich unser Neser-Portal jetzt? Unten, in der Miene. Nein! Er fällt erst mal auf einen Block. Nein, ich hab nicht im... Nein! Ich hab nicht im Bett gepennt. Oh Gott. Oh. Es ist nicht weit. Du siehst die Fischerhütte relativ schnell. Ich seh euch immer andauernd hier rumfallen. Immer runterfallen. Und dann wieder runterfallen. Minus 22, 550. Was? Minus 22, irgendwas 550. Ach, Nikas, du hast bei den Gängen gefarmt oder wo hast du gefarmt? Ne, ich bin irgendwo ganz weit weggegangen. Hab mich weiter unten durchgegraben. Und dann bin ich hier rausgekommen eben. Ich wusste gar nicht, dass ich hier bin. Ich dachte, ich wäre überzahlt. Uh. Unglaublich fest. Voll, ich sehe nach zwei Metern schon die Fischerhütte. Ja, eben. Acht Level. Wir haben 16 Dias. Haben wir nicht einen Spawner? Sonst baue ich den um. Ja, wir haben einen Spawner. Voll chillig? Auf dem Weg von der Fischerhütte zu unserem Haupthaus da links abbiegen. Achso, ja, okay. Dann baue ich den um, okay? Dieses komische Quadserz, das gibt ja sogar XP. Ich brauche den nur mit Wasser, dass die dann angespült werden und so. Aber ich mache nicht, dass wir die mit einem Schlag killen oder so. Ich habe keinen Bock drauf. Was? Achso, das meinst du mit um? Ich dachte gerade, du willst den irgendwie, du tun mir in die Items. Also, keine Ahnung, mit irgendeiner Technik, die mir nicht bekannt ist. Äh, wenn wir Behutsamkeit mit Tacker hätten, dann könnten wir das machen. Ne, was? Behutsamkeit. Nice. Wir können den abbauen. Lass, ey Niklas, warum ist hier in der Hölle so viel Kies? Weil in der Hölle Kies ist. Hä, nein. Natürlich. Seit wann? Seit immer. Darf ich den abfahren hier vorne? Mach doch. Das war doch das, worüber ich mich letztes Mal aufgeregt habe. Hä, seit immer doch nicht. Das war früher nie drin, ne? Doch. Nein. Das war schon immer. Früher gab es Nikis in der Hölle. Doch. Warst du bei der 1.1 oder so das letzte Mal in der Hölle? Darauf kannst du jetzt nicht reagieren. Ne, kann ich auch nicht. Alter, mach mal die CD aus. Sie regt mich gerade auf. Ah, die CD. Wie findest du das eigentlich auf dem Doom-Pot? Äh, dem Doom-Pot auf dem CD. Wie findest du das eigentlich auf dem Pot, ey? Hey, da kommt jemand angelaufen. Hallo, Marius. Hallo. Ich hab mir eine Sache wieder aufgesammelt. Felix, willst du nicht auch mal eine Eisenrüstung machen? Hey, Marius, du bist da unten. Hey, Lars. Ich werf dir einen Erdblock runter. Felix, wo kommt denn jetzt? Du es. Du es. Lars, du es. Was? Hey, warte mal. Wo ist eine Ho? War ein Schild und das ist nicht angekommen. Das ist ein Bild gewesen, kein Schild. Ho, 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 ho. Wo ist eine Ho? Haben wir keine Ho? Nö. Doch, da müsste eigentlich eine Ho drin sein. Oder ich hab sie draußen hingelegt oder irgendwo anders reingekippt. Draußen in der Küste, glaube ich, muss die sein vor dem Beten. Achso. Ne, ich mein mir trotzdem. Ich nimm mal die Sicherheitsarbeiten mit. Jetzt brauch ich unglaublich viele Materialien. Ohne Scheiß, ich bin einmal Farm gegangen und bin schon wieder Level 16. Ne, 18. Lars, äh, Niklas wird unser Verzauber. Ja, ich kann euch gerne verzaubern, die So. Zauber? Kein Problem mit. Er ist der Gott, der unseren Werkzeugen magische Fähigkeiten gibt. Ja, so wie die hier. Oh, ich hab nur noch anderthalb Herzen. Soll ich dich staken? Nicht so gerne. Hier ist keine drin. Äh. Äh. Ja, ja, klar, klar. Ich will die auch nicht wegmachen. Ich wollte nur hier jetzt. Ich mach ihnen eben noch so ein Beet, ne? Für Kürbisse. Äh, Melon. Für Kürbisse sind erstmal diese Lianen dran gewachsen. Ich mach hier Melon hin, ne? Ja. Ich fahr mir jetzt ganz viel Kies. Weil dann kann ich, äh, äh, diese Folge oder nächste Folge die ganzen Wege fertig bauen, ne? Das wisst ihr, ne? Das weißt du, ne? Ja, das wissen wir. Was für Wege willst du denn noch fertig bauen? Lars, ich hab gerade unter Wasser ein Beet gemacht. Ich hab, was ist denn, wer der Babu ist? Wo willst du denn noch Wege weiterbauen, Felix? Hä? Den ganzen Weg da zum Swanner und so? Ich wollte jetzt, was ich erst mal mache. Das ist einfach nur so ein Trampelfahrt bis jetzt. Ja, das soll aber ein Weg werden, da. Oh, okay. Das wusste ich natürlich nicht. Ich habe keine Erde mehr. Bringt mir jemand Erde. Wir fahren mit den Kies, während mich ein Gas von hinten abschießt. Er hat mich noch nicht einmal getroffen. Ah! Er hat mich getroffen! Ich brenne! Er ist verletzt! Er stirbt gleich. Er hat sogar keine andere gestorben. Douglas. Ja. Macht es dir sehr viel aus, wenn deine Hautfarbe aus Erde gebaut wird. Wo ist die denn? Ist die ganz oben auf der Spitze? Ja, da wird sie hier. Ich will die sehen! Ich komme da nur nicht hoch! Du musst da hochlaufen. Wo ist denn hier ein Weg? Da ist kein Weg. Hä? Wie bist du denn hochgekommen? Ach so, da oben. Ich muss mich ja nähern. Ich esse jetzt rohs Rundschleiß und sterbe ich. Ich dachte, auf unserem Berg... Ach, hat sich Brote! Ich mag die Tür. Geholt! Aua! Aua! Jetzt habe ich nur noch zwei Herzen. Willst du Brot haben? Ich habe Brot für dich. Fünf Stück. Okay. Ich nehme die Gaben meines Gottes an. Ich nähere die Armen wie Jesus. Das, dass du keine langen Haare hattest... Hatte ich mal. Sondern einen Kuhkopf. Ich mache mir einen neuen Skin extra dafür. Okay, mach den Jesus Skin. Den gibt's schon. Nein, das behindert. Ich meine einfach, mich mache ich... Jesus, du bist wunderbar! Ich mache meiner Kuh lange Haare. Das wäre richtig geil. Ich weiß nicht, ob das geht. Kannst du eine Perücke aufmachen? Oh Lars, hast du noch Zaun? Ich habe auch so Pflastersteinmauer. Ja, die will ich auch haben. Lol, ist das ein Zombiespawner? Lass mal runter. Ich habe da gerade eine Fackel auf den Zombiespawner. Oh ja, natürlich zwei Blöcke runterkallig. Da kamen drei Erfahrungsfläschchen raus. Was? Ich habe eine Fackel auf den Zombiespawner gedrückt und da kamen drei Erfahrungsfläschchen. Ja, ja, ja. Einfach so, ne? Ja. Jetzt bin ich plötzlich Level 400. Ich kann alles in Chancen. Im Chat fliegt so, GIF XP. Ah, ich kämpfe gegen einen Gast ohne eine Waffe. Ich schlage immer die Kugeln zurück, aber ich treffe ihn nicht. Lauch. Ich meine, wäre ich mich. Prost und ab. Oh, Marius, nicht schieten, hör auf. Und das Scheiß hätte ich jetzt aufgenommen, dann wäre das wirklich so. Ich hätte noch gesehen, wenn ich das gemacht hätte. Ich brenne. Ich ficke, nein. Das wollten wir nicht wissen. Ich werde gefickt. Das ist so furchtbar. Jetzt habe ich schon wieder keine Heimer. Ich glaube, ich bin zum fünften Mai ja schon bei uns rein. Nein, ich habe die Heimer vergessen. Oh, Gott. Ich spiele Baseball. Wenn ich immer mit Baseball spielen komme. Lars, komm mal mit Baseball. Bam, gebe ich dem Skeletter hinten. Bam, wir machen gerade Battle. Lars, stirbt dann wieder. Nein, ich habe nicht getroffen. Er zerstört unsere Hütte. Felix. Ach so, die im Näht. Er zerstört unsere Hütte.